So ihr Lieben, heute stelle ich euch einen weiteren Manga- oder Comic-Geschäft hier in Düsseldorf. Das erste Mal stelle ich euch ein Manga-Comic-Geschäft und das zeig ich euch jetzt. Auf geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war jetzt Com-Comics im Düsseldorf. Ein ziemlich kleiner Laden, wir haben da viele Comics, wohl eher weniger Manga, aber klein, aber fein. Da kann man nichts falsch machen. Wenn ihr wollt und wenn ihr in der Nähe wohnt, kommt vorbei. Peace!